Der Kreml ist weiterhin bemüht, den Söldneraufstand unter der Führung von Yevgeny Prigoshin in seiner Bedeutung herunterzuspielen. Das Machtgefüge habe sich nicht verändert, hatte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskov, vor Tagen betont. Nun hat sich auch der Intimfeind Prigoshins Verteidigungsminister Sergej Shoigu zum niedergeschlagenen Aufstand geäußert. Zitat, die Provokation hatte keine Auswirkungen auf die Handlungen der Streitkräftegruppierungen in der Ukraine, sagte Shoigu am Montag bei einer Ministeriumssitzung. Die Frontsoldaten hätten weiterhin ihre Aufgaben erledigt. Der Feind habe in keiner Angriffsrichtung sein Ziel erreicht. Die Aufständischen kamen straffrei davon, doch die Zukunft der Söldnertruppe scheint ungewiss. In dieser Woche wurden dem Unternehmen nahestehende Nachrichtenseiten in Russland gesperrt. Prigoshin hat sich seit Montag nicht mehr öffentlich geäußert.